Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von der tollsten aus ganz Deutschland. Hier ist eure Sandy. Naja, auf jeden Fall wollte ich heute mal was mit euch testen. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe einen Hund und mein Hund, der hört irgendwie nicht mehr auf mich. Irgendwie war ich jetzt eine Woche in Köln und seitdem hasst mein Hund mich gefühlt. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt mal so machen, dass wenn mein Hund einmal auf mich hört, zum Beispiel ich sage Shiva sitzt und Shiva macht Sitz, dann ist das Video vorbei. Oder wenn ich sage Shiva, wo ist der Ball und sie den Ball holt, dann ist das Video auch vorbei. Und das Ganze testen wir jetzt mal mit euch. Leute, ich habe meinen Hund jetzt gefunden und ja, hier mal kurz der Schlaf machen. Hey Sandy. Was? Hallo. Shiva, gib Pfote. Gib Pfote. Hey, gib Pfote Shiva. Ich sage euch, Leute, dieser Hund hört einfach nicht mehr auf mich. Shiva, gib Pfote. Hallo. Gib Pfote. Gib Pfote. Hallo. Gib Pfote. Shiva. Hallo. 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 Gib Pfote. Gib deine Pfote. Shiva, gib deine Pfote. Gib Pfote. High Five. High Five. Shiva, High Five. Shiva, High Five. High Five. Hallo. Hallo High Five. Shiva. Gib Pfote. Gib Pfote. Komm, hey. Gib Pfote. Bro, gib Pfote. Gib Pfote. Dir gibt sie auch. Gib Pfote. Gib Pfote. Ey, Bro, gib Pfote. Shiva, gib Pfote. Gib Pfote. Gib Pfote. Ja. Das war doch fast so. Shiva, gib Pfote. Gib Pfote. Verwehren wir den Hund jetzt? Ey. Mein kleiner Bruder ist übrigens hinter der Kamera. Gib Pfote. Ha. Gib Pfote. Shiva, gib Pfote. Gib Pfote. Gib Pfote. Hallo. Ja. Ja. Sie hat Pfote gegeben. Shiva. Ja, damit ist das Video jetzt auch vorbei. Tschüss.